Herzlich Willkommen zu der Weisheit letzter Schluss meinem kommentierenden Wochenrückblick, diesmal auf die Kalenderwoche 41 des Jahres 2023. Mein Name ist Michael Karialenenträger und ich bin Chefredakteur bei der unabhängigen Medienplattform Idealism Prevails. Der Titel meiner dieswöchigen Betrachtungen lautet Sachzwänge und nötige Alternativen. Die Woche war wieder voll von Ereignissen, die die große Welt bewegen und damit die kleine Welt vor Ort so unbedeutend scheinen lassen. Da ist es schwer, Worte zu finden, die diese Vorgänge beschreiben und kommentieren. Zudem ergeben sich Sachzwänge, die es nahezu unmöglich zu machen scheinen, dem Geschehen gerecht zu werden, zumal man ja selten selber dabei war, zumal man auf die Informationen anderer angewiesen ist, zumal diese Informationen subjektiv gefärbt, im schlimmsten Fall sogar bewusst eingefärbt werden. Framing und Propaganda waren noch nie so präsent wie heute. Und dennoch gilt es das, was man erfahren hat, mit anderen zu teilen, ja, es ist sogar wichtig, um sich eine eigene Meinung bilden zu können, die man im Idealfall auch öffentlich und frei äußern darf. Diese darf natürlich kritisiert werden, es sprengt aber die Grenzen unserer demokratischen Gesellschaften, wenn man dafür gecancelt wird. Diesen Herausforderungen müssen sich vor allem jene stellen, die Berichten und Meinung machen, also wir Journalisten. Wie in einem meiner vorangegangenen Wochenkommentare angemerkt, ist der Anspruch, objektiv zu informieren, aufgrund der angeführten Bedingungen kaum zu erfüllen. Der Anspruch, es mit der nötigen Aufrichtigkeit zu tun, aber besteht. Sachzwänge, die meist mit dem Tribut der Alternativlosigkeit versehen werden, stehen mitunter aber auch dieser dringend benötigten Ehrlichkeit und Transparenz entgegen. Daher braucht es den Mut, in Alternativen zu denken, beziehungsweise diese als Möglichkeiten ins Auge zu fassen und sie ins Spiel zu bringen. Diese Vorgehensweise ist ein brauchbarer Weg, um sich der Wahrheit anzunähern. Einer dieser sogenannten Sachzwänge wurde dieser Tage vom österreichischen Verfassungsgerichtshof, VfGH, als verfassungswidrig beurteilt. Die Kofag, also jene vom damaligen Finanzminister Gernot Blümel ins Leben gerufene Agentur, die Unternehmen bei der Überbrückung der durch die Corona-Maßnahmen bedingten Einnahmenausfälle finanziell unter die Arme griff, wurde in ihren Grundfesten erschüttert. Die Aufgabenübertragung verstießt im Spruch der Verfassungsrichter gemäß der Bundesverfassung. Laut VfGH stellt die Tätigkeit der Kofag eine staatliche Verwaltung dar, womit andere Regeln als die Bestehenden zur Geltung kommen hätten müssen. Insbesondere kritisiert wird im Spruch die Weisungsfreiheit gegenüber dem Ministerium und dass kein Rechtsanspruch auf Covid-Hilfen bestehe. Unrechtens war außerdem die Regelung, dass Unternehmen wegen bestimmter Finanzdelikte von Hilfen ausgeschlossen waren. Diese Entscheidung war ein gefundenes Fressen für die Opposition, die eine lückenlose Aufklärung von Seiten der SPÖ bzw. einen Untersuchungsausschuss auf Seiten der FPÖ forderten. Finanzminister Brunner beruhigte umgehend jene, die um ihre Förderungen fürchten. Ein Common Time Standard Forum bringt einen wesentlichen Aspekt auf den Punkt, der den auch in diesem Fall wohl von den verantwortlichen Politikern geltend gemachten Sachzwängen eine Absage erteilt. Zitat Gerade von den Verantwortlichen ist zu erwarten, dass sie selbst in heißen Zeiten kühlen Kopf bewahren, was leider viel zu selten vorkommt. Der Brandhead, der am Nahen Osten durch das menschenverachtende Attentat der Hamas auf Israel und die daraus resultierende militärische Reaktion des Landes unter ihrem Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gelegt wurde, hat in den letzten Tagen die vorhersehbare Eskalation erreicht, in der es für beide Seiten kein Zurück mehr zu geben scheint. Bemühungen um einen Frieden sind unter diesen Bedingungen zur Aussichtslosigkeit verdammt und von den Verantwortlichen auf beiden Seiten offenbar auch gar nicht gewünscht. Folgt man deren Aussagen, dann geht es alleine darum, die andere Seite endgültig auszuradieren und damit endlich seinen Frieden zu haben. Kürzlich wurde gemeldet, dass das Al-Ali-Krankenhaus im Norden des Gaza-Streifens durch eine Explosion zerstört wurde. Viele Menschen starben bei diesem Vorfall, den sich nun beide Seiten in die Schuhe schieben, um den Hass weiter zu schüren und die unsäglichen Kriegshandlungen weiter zu legitimieren. Im Netz kursieren dazu, weil wie nicht anders zu erwarten war, diese und jene Storys und Narrative. Der Schlimmste dabei ist, dass das alles, was wir dazu lesen, auch tatsächlich wahr sein könnte. Wenn ich dem Anspruch der Aufrichtigkeit folge, dann muss ich zugeben, dass ich nicht weiß, wer für diesen Irrsinn verantwortlich ist. In meiner Wahrnehmung von Konflikten tragen jedenfalls immer alle Beteiligten dazu bei, ob eine Situation eskaliert oder ob sie zu einem guten Ende geführt werden kann. In einem Interview mit den oberösterreichischen Nachrichten, das hinter der Bezahlschranke zu lesen ist, fühlt sich der langjährige Naos-Korrespondent Karim El-Gohori aufgrund eines möglicherweise bevorstehenden Einmarsches israelischer Truppen in den Gaza-Streifen an die Situation im Jahr 2006 und den Krieg im Libanon mit der Hispola erinnert. Zitat, was will man damit erreichen, fragt er sich. Damals, so El-Gohori, wurde die Infrastruktur zerstört, nicht aber die Hispola. Diese, Zitat, sitzt seitdem maßgeblich in jeder Regierung in Beirut. Es wurde also strategisch wenig erreicht. Zitat Ende. Problematisch sind für ihn die inneren Fronten im West-Nördlern-Land und jene der Palästinenser in Israel. Die Lösung des Konflikts ist seiner Ansicht nach nicht mit militärischen Mitteln zu erreichen. Zitat, es kann keine Lösung ohne die Palästinenser geben, man muss ihnen eine Perspektive geben. Nur so schwächt man die Position von radikalen Organisationen wie der Hamas oder der Hispola, meint der erfahrene Naost-Korrespondent. Die euphemistisch als Kollateralschäden bezeichneten Ereignisse bleiben auch im Rahmen dieser kriegerischen Auseinandersetzungen nicht aus. Und sie betreffen nicht nur die Region selbst, sondern sind weltweit zu spüren. Das musste auch der ehemalige griechische Finanzminister und Gründer der linken Graswurzelbewegung, Die M25, Yannis Varoufakis, zur Kenntnis nehmen, als man ihn wegen seiner, Zitat, prinzipiellen Opposition gegen die israelische Apartheid, Zitat Ende, die als pro-palästinensische Äußerung ausgelegt wurde, von der vom Kreisky-Forum und der Wiener Universität organisierten Präsentation seines neuen Buches Technoföderlism um eine Verschiebung bat. Er selbst empfand diesen Vorschlag als Cancelung und möchte einer weiteren Einladung nicht mehr nachkommen, wie der Blog für Science und Politik, tkp.at, berichtet. Auch hier erkenne ich Sachzwänge auf beiden Seiten, die den großen Konflikt im Kleinen weiterführen, zumal das Kreisky-Forum damit offenbar auch von ihrem Namensgeber und der von ihm vertretenen Nahostpolitik abzuweichen scheint, indem es Partei für eine Seite ergreift. Zitat, jeder Konflikt auf der Welt kann gelöst werden, Zitat Ende. Davon war der kürzlich verstorbene finnische Friedensnobelpreisträger, der Sozialdemokrat Marty Achtisari, überzeugt und musste dennoch erkennen, dass sich diese und dieser ohne die Mitwirkung der USA nicht verwirklichen lässt. Dennoch hat er Zeit seiner politischen Laufbahn als Außenminister und Präsident des nordischen Landes sowie im Rahmen seiner UNO-Funktionen und als Gründer der Crisis Management Initiative CMI kräftig an konstruktiven Friedenslösungen mitgebaut. Sein Vorteil war auch, dass Finnland zu dieser Zeit noch paktfrei war und somit auch als glaubwürdiger und neutraler Vermittler galt. Aber so ändern sich die Zeiten und wenn die Welt in Machtblöcke aufgespalten wird, wird jede Friedensbemühung um viele schwerer, weil ihr einseitige Interessen unterstellt werden können. Apropos linke Politik, die Sozialdemokraten, die aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und deren Auswirkungen auf die Menschen, Stichwort Teuerung, eigentlich alle Trümpfe in der Hand haben sollten, stehen sich gerade selbst massiv im Weg. In Österreich ist die SPÖ nach wie vor mit Innenschau beschäftigt, deren Vorsitzender arbeitet hauptsächlich an der internen Statutenreform bezüglich der Wahl des Vorsitzenden und der Mitbestimmung der Mitglieder bei allfälligen Koalitionsabkommen sowie an der von ihm zum Wahlkampfthema erhobenen Millionärssteuer. Dass ihm dabei nach dem burgenländischen Landeshauptmann nun auch der Linzer Bürgermeister den Rücken zukehrt und nicht mehr für das Parteipräsidium kandidiert, das nimmt er zur Kenntnis. Die Deutsche Schwesternpartei SPD ist neuesten Umfragen nach, als Kanzlerpartei wohlgemerkt, bei 14% gleichauf mit den Grünen angelangt und liegt damit meilenweit hinter der CDU-CSU mit 32% und der AfD mit 21% auf Rang 3. Dabei wäre in den Parteien namengebenden Bereich Soziales eigentlich so viel zu tun, wie auch der Präsident des österreichischen Fiskalrates Christoph Badelt bemerkt. Ihm zufolge sind 201.000 Menschen, darunter 36.000 Kinder, als Manifest arm zu bezeichnen, weitere 1,3 Millionen armutsgefährdet. Kritik übt er in seinem Pressegespräch anlässlich des Tages der Beseitigung der Armut am politischen Umgang mit dem Thema. Vor allem die Debatte über Kinderarmut orientiere sich nicht am sachlichen Diskurs, so Badelt. Zitat, Die angeblichen Sachzwänge aufgrund bevorstehender Wahlen liefern leider keinen brauchbaren Fortschritt beim Thema. Und Wahlen gibt es ja immer irgendwo. Zuletzt am vergangenen Wochenende in Polen, wo zwar die regierende rechtskonservative PIS gewonnen hat, drei Oppositionsparteien aber in der Lage sind, durch eine Koalition einen Regierungswechsel zu initiieren. Die an zweiter Stelle gelandete liberal-konservative Bürgerkoalition K.O. des ehemaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk will mit Hilfe des christlich-konservativen Drittenwegs und des Linksbündnisses Levitsa das Land wieder Richtung Europa führen. In der EU jubelt man bereits über diesen bevorstehenden Machtwechsel, obwohl sich die Regierungsbildung noch bis Weihnachten hinziehen könnte, weil davon auszugehen ist, dass der Präsident des Landes, Ange Tudor, der selbst der PIS angehört, zunächst die stimmenstärkste Partei mit der Regierungsbildung beauftragen wird. Auch in den USA werden die Weichen für den Vor- oder Wahlkampf gestellt. Seit der Bekanntgabe seiner Kandidatur als unabhängiger Kandidat hat Robert Kennedy Jr. in Umfragen bereits 15% der Wähler hinter sich versammeln können. Er dürfte dabei wohl in beiden Lagern, sowohl dem republikanischen als auch dem demokratischen, in gleicher Weise fischen. Da in den Vereinigten Staaten das Mehrheitswahlrecht gilt, The Winner Takes It All, ist aktuell aber nicht davon auszugehen, dass seine Kandidatur erfolgreich sein wird. In dieser Woche hat ein weiterer Kandidat seinen Einstieg in den Wahlkampf bekundet. Cenk Uygur, ein türkischstämmiger Radio- und Internetmoderator und politischer Aktivist, verkündete seine Presidential Campaign. Den aktuellen Sachzwängen muss sich nun auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky beugen, ist doch der bewaffnete Konflikt, in dem sich sein Land mit Russland befindet, weltpolitisch in den Hintergrund getreten. Auch ein Solidaritätsbesuch in Israel wurde ihm von dessen Ministerpräsidenten mit den Worten, dass dies nicht zu einem richtigen Zeitpunkt sei, verwehrt. Und die EU zeigt sich schockiert, wegen des Treffens zwischen Ungarns Premier Orban mit Wladimir Putin beim Seidenstraßengipfel in Peking. Und auch den Sport hat die Umbil der aktuellen Weltlage erreicht. Wegen eines Attentats in der belgischen Hauptstadt Brüssel, und bei dem zwei schwedische Fußballfans, die das EM-Qualifikationsspiel ihre Mannschaft gegen die Roten Teufel besuchen wollten, zu Tode kamen, wurde dieses in der Halbzeit auf Wunsch des schwedischen Teams abgebrochen. Es soll nun nicht wieder aufgenommen werden. Der europäische Fußballverband UEFA ist am Wort, um die Sache zu klären. Sportlich brisant ist die Situation deswegen, weil es noch um die Vergabe von Platz 1 bzw. 2 in der Quali-Gruppe geht, der auch Österreich angehört. Das rot-weiß-rote Team liegt derzeit auf Platz 2 und hat damit bei der Auslosung zur EM im nächsten Jahr schlechtere Karten, also schwerere Gegner zu befürchten. Der Ausgang der abgebrochenen Begegnung könnte also durchaus Auswirkungen auf das Ranking haben. Noch dazu ist man in Österreich trotz der zuletzt eher durchwachsenen Leistungen gegen Belgien, 2 zu 3 Niederlage, und Aserbaidschan mühevoller 1 zu 0 Sieg durch Elfmeter im siebten Fußballhimmel. Diese Zahlspiele sind der Situation kaum angemessen, ergeben sich aber aus dem Sachzwang, den solche Regelungen auslösen. Der mutmaßliche Attentäter übrigens ist Berichten zufolge von der belgischen Polizei erschossen worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat, IS, hat sich, was angesichts der Medienberichterstattung nicht verwunderlich ist, am Mittwoch zu diesem Anschlag bekannt. Abschließend möchte ich noch den österreichischen Politikwissenschaftler Gerhard Mangut zitieren, der kürzlich auf X, ehemals Twitter, folgendes Posting veröffentlichte, Zitat, um vom russischen Gas unabhängig zu werden, bezieht die EU nun viel mehr Gas aus Katar und aus Aserbaidschan. Katar finanziert die Hamas, Aserbaidschan hat eine ethnische Säuberung von Armenien durchgeführt. Wurde da der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben? Zitat Ende. Mangut steht mit dieser Frage wohl nicht allein da, obwohl es durchaus zu befürchten ist, dass man ihn deswegen, wir wissen um die diesbezüglichen Sachzwänge, möglicherweise bald im Regen stehen lassen wird. Und genau das ist die Tragik unserer Zeit und ihrer tragischen Ereignisse, dass man sich mit einer differenzierten Sichtweise zwischen die Stühle setzt und damit mitunter auch schleunigst fallen gelassen wird. Und genau das gilt es zu ändern. Denn Alternativen gibt es genug, die Welt ist einfach bunter als schwarz und weiß. Wir alle dürfen also unsere Perspektive immer wieder von Neuem erweitern. Und das ist notwendig und gut so. Die schriftliche Fassung dieses Wochenrückblicks ist auf den Seiten der unabhängigen Medienplattform Idealism Prevails zu finden. In dieser Fassung finden Sie auch die Links zu meinen Quellen, die ich für diesen Beitrag verwendet habe. Ich wünsche Ihnen, trotz all der Ereignisse, die ich in meinem Kommentar erwähnt habe und die es sonst noch auf der Welt gibt, eine gute Woche und freue mich auf ein Wiederhören. Ihr und euer Michael Kari-Aleinen-Träger